Ich rasiere euch alle Du Götzwewe Götzwewe Du Himmelbecker Götzwewe Götzwewe Ich rasiere euch alle Götzwewe Beziehungsweise Y drücken Und er wird nichts mehr tun können Er wird auch nicht aussteigen können Oder eine Waffe ziehen können Er kann einfach gar nichts mehr machen Dann geht ihr in euer Apartment Beziehungsweise in eure Garage Sorry Und nehmt den Panto Der bringt am meisten Geld Ihr dürft keine Supersportwagen Oder Sportwagen benutzen Im Panto angekommen Drückt ihr dann auf Oder geht ihr auf Selbstmord Dann spawnt ihr außerhalb Dann geht ihr auf Fahrzeug anfordern Und sobald ihr das gemacht habt Rennt ihr einfach zu dem Ort zurück Wo ihr euch getötet habt Das Ganze funktioniert natürlich An jeder Garage Und dann seht ihr da auch schon Den Panto stehen Dann steigt ihr in den Panto ein Und fahrt in eure Garage Die voll sein muss Und dann könnt ihr ein Fahrzeug ersetzen Für den Panto Das war der ganze Glitch Wenn euch gefallen hat Lasst ne Bewertung da Ciao Leute und haut rein Bis zum nächsten Mal Euer Chance of Us Raptor Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal